... Zulfus Irrit in der SPX Angeheldet seien sie Wir sind in Führung Ich hab' die Sankierenspiel in sich. Ja. Das war ne Fickke Kleeot in der Gesunde. Ja, das ist bewässert. Oh, von hinten, du Luder, ey. Okay. Wie weit ich mit dem Messen bin? Ich hab' die Sankierenspiel. Ich hab' die Sankierenspiel. Ich hab' die Sankierenspiel. Oh, jetzt wieder hinter uns. Ich hab' die Sankierenspiel. Ich hab' die Sankierenspiel. Boah, Alter. Ich darf' die Sankierenspiel. Ich hab' die Sankierenspiel. Da lag' einer und hab' die Sankierenspiel über ihn geangt. Ich hab' die Sankierenspiel. Ich hab' die Sankierenspiel. Oh, Marcel, Mann. Dixer. Er hat mich angeschossen. Was ist das? Du bist hier in die Sankierenspiel. Ehh... …fache ich. Ja, genug! Ich hab' mich gefrocken. Wiehst du, den DIN? Was ist denn? Du hast reich gesinne. Du hast ja geblieben. Ja, du hast eine Sankierenspiel. Ja, so Rink. Oh so sieht es aus ja ich kann mich nicht hinlegen mal such mal den fehler man ich kann mich nicht mehr an den dricks game alter ich weiße Kämpfe da man wie kann man denn das erkäppen man ich hatte 10 zu 2 Hey! Was? Ja, brav, ich hab's Bernhard! Ich habe den Fall noch im Kopf gesehen. Schau. Ach so, jetzt war doch gerade ganz riesig. Schau. 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 Okay, wir haben uns nach oben. Sonst hier. Wünsche. Schau. Okay, das ist der offiziell richtige Move. Ich lag da die ganze Zeit vor, den zwei Mann. Danke Fabian, by the way, dass ich mich so supportet. Äh, und dann kriegen wir mich nicht, das wird wirklich sehr peinlich. Für die Gegner aber. Ich hab die Anmengen aufgebrochen. Der Sieg ist nahe, weiter kämpfen wie... Oh mein Gott. Boah, Junge, block mich doch nicht, Junge. Wenn du schief gelaufen bist, dann musst du auch nicht die Klappen passen lassen. Ich bin gespannt, Alter. Vielleicht musst du leider eine MPL aufheben. Geht jetzt mal noch ein bisschen schief schmecken. Was ist der, was ich bei mir? Ja, ich hab ein bisschen ... Nein! Du, Victor! Das war ein neues Subicat. Wie zu der Musik haben Sie mir erfurcht? Ja! Guck, die Chypen einen habe ich genommen. Ich bin ein B-B. Nein! Sie sind ein B-B. Ich bin ein B-B. Junge, das ist der perfekte Modus, ich meine, jetzt zeig dich, wer du bist! Der Mensch! Macht alles in der Sache wieder! Wir sind in Führung! Musst du mit den Klammern? Ja, musste ich! Und jetzt? Ja, dann hat bitte den Waddle! Boah, Junge! Den nehm ich, Martin! Oh, die Kürtler! Der ist nicht! Alter, hier ist eigentlich! Ich werde abzahlen, spielen! Ja, naja! Der wird dich abzahlen, wenn ich ihn verabschiede. Der wird dich abzahlen, wenn ich ihn verabschiede. Sorry, Fabi! Oh, ich werde angeschossen, ich werde angeschossen! Aber der Typ kann nicht aimen! Jo, der hat mir das ganze Marathon noch nicht verballert, aber nicht. Das war dann mal nur getroffen. Echt? Junge, ich bin gelaufen! Ich werde angeschossen! Achtung, Fabi, besser! Ich krieg ihn mal, komm mal auf! Nice! Yo lol, das wäre jetzt ein Totenwesen, bei denen ich mich jetzt sehr geärgert Aber jetzt ist der Muskel auf den Auge Okay, ich bin down, weil Kommando One-Shot down Okay, 100 Meter Olympia, face roll Gibt's da, natürlich nicht gezielt, weil du bist erst Level 3 und brauchst jetzt keine Oh nice, du droppst das? Alright Ja, aber wirklich, ich bin leider zu schon Was sehen Sie denn jetzt? Wichser, man! Ja, der hat mich ja mit einem Anbruch gefragt Ich muss den Tisch erst mal kurz hin und rein Weil ich hab's tatsächlich so gesehen LoL, hab ich denn hier wirklich? Nein, hab's nicht Aua Ja, ich hab's nicht gedacht Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Oh, was ist das? Was ist das? Die Schreie ist verletziert! Ich werde es verletzen! Und dann One-Shot. Und dann One-Shot. Und dann One-Shot. Ich muss mich nicht hören. Ah. Weck dieser Akro, Willis hat meine Waffe aufgehoben. Nein! Oh! Noll! Noll, Mann! Alter! Ich bin der B-60-1 für den Bootstation drei Mal davon geschossen hab. Erstens hat der Unterwunscher-Kack-Stack dann. Dann One-Shot ist er mich. Ich bin der B-60-1 für den B-60-1. Ich bin der B-60-1 für den B-60. Ich bin der B-60-1 für den B-60. Ich bin der B-60. Boah, danke. Oh, ja, da war noch... Abwehrend Richtungskla- Ich melde gleich mal, der kann nicht alles manetzen, Alter! Das geht doch nicht! Schwein... Ich hab grad nachfragen, ja? Wie ist der? Ja, Martin! Wieso? Ich geh... Ich geh... Ich geh immer einen anderen Weg, weil ich zu dir... Ich geh... So, ich geh nach... Oh, ich geh nach... Oh... Oh... Ich geh nicht zu... Der kann nicht zu sein... Der kann nicht zu sein... Ja... Ja... Äh... Äh... Ey, Alter, keine Garnattung! Man, das sind meine Lieblings-Tode, Alter! Was? Meine Lieblings-Tode sind durch... Wo ich keine Warnung bekommen hab... Hm... Man nimmt die Warnung von der Welt... Beim Camping-Problem-Tode auf einmal durch und die Brute in die Brute bereit. Haha, ja... Das wird seht mir das so sau oft gemacht... Durch die Warnung mit der Kommando! Der Sieg ist nahe. Weiter kämpfen. Ich bin hier mit den betreuen Granaten. Oh, ich brauch keine. Alter, der Kämpfer, Krokodil, was bist du für ein ganzes Schiegerkampfer mit der PM, deine Mutter. Alter. Mann. Jungen, der war das nicht, Mann. Mann. Gut gemacht, Genossen. Wir haben gewonnen. Gut gemacht, aber wir haben gewonnen. Ich habe nur von einem Autor quell. Ich habe eine Herausforderung. Warum? Oppo, warum auch? Längste Siegeserie Man kann schon wieder nicht faukeln Alle leu